Gerne weihe ich euch als Schneidermeisterin in die Geheimnisse der Tipps ein, die man tun kann, um seine Figur so ein bisschen zu verändern, zu shapen und das Beste sozusagen aus sich rauszuholen. Also tatsächlich ist es so und ich finde es auch wieder gerecht, keine Frau ist mit sich zufrieden und wir sind am Ende da, um der Braut dazu zu verhelfen, sich so darzustellen, wie sie am liebsten gesehen werden möchte und kleinen Pölsterchen oder Makel, sage ich jetzt mal, zu vertuschen. Das kann man ganz toll machen mit Stoffen etc. Aber eben auch wirklich aktiv, wenn eine Frau sagt, ich fühle mich etwas zu kurvig oder ich möchte gerne etwas wegshapen, da haben wir unseren selbst entwickelten Shape Belt. Dieser Shape Belt hat acht Stäbchen, ist mega elastisch und kann vorne im Prinzip sechs Mal verstellt werden. Er kann nicht nur hier gerade verstellt werden, sondern er kann auch schräg verstellt werden. Am Anfang denkt man, wow, ist der jetzt irgendwie unbequem oder sonst irgendwas? Tatsächlich nein. Der ist atmungsaktiv, der ist sehr, sehr stretchig und wenn man den eine ganze Zeit an hat, in den ersten zehn Minuten, merkt man schon, wow, was macht dieser Shape Belt? Der zaubert euch einen One-Size-Smaller-Look. Wir probieren das, sobald das Kleid zur ersten Probe da ist, zur ersten Anprobe, würden wir den nach runter ziehen und dann genau schauen. Und ich kann nur sagen, es ist ein Wow-Effekt mit unserem Yes to the Dress Shape Belt.